Ja, weiß, noch einer, mit nem Piu Piu, dahin, das war zu knapp, das war auch zu knapp, fuck man. Alright, 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 Leute, willkommen zu einem neuen Video, es ist schweineheiß, es sind 40 Grad, ich sterbe. Und ich dachte mir, ich sag mal Superhot, das Spiel heißt Superhot, es ist eigentlich nur Zufall, dass es schweineheiß ist und das Spiel ist Superhot heiß. Ich hab das Spiel vor Ewigkeiten auf Kickstarter unterstützt, weil es für Oculus Rift rauskommen sollte, hatte Oculus Rift Support. Und jetzt ist die Beta für die Baker rausgekommen, für die Backer, ja, ich bin ein Backer. Und der Style ist sehr cool gemacht, also in diesem Ordner, sieht so wie ein ultra alter PC aus mit DOS und man sieht die ganzen Erweiterungen. Sau cool gemacht, quit ist wahrscheinlich, weil das Spiel, dann verlässt man das Spiel. Story, Story ist alles korrupt, also hier gibt's echt viel zu sehen, also allein schon im Menü. Worum es bei dem Spiel selber geht, das ist mehr so ein Slowmotion Simulator. Guckt euch das an, man sieht die ganzen Befehle, die ausgeführt werden und es ist einfach ein ganz cooler Stil. Es ist so ein Mix aus Matrix, Slowmotion, Max Payne und mit einem ziemlich surrealen... Superhot. Hot. Superhot. Oh, die Stimme ist horny. Die Stimme ist horny. Superhot. Wow. Where is he mitten im Game? Das ist nur die Beta, beachtet das. Sehe ihr seht, es ist super Slowmotion. Die Zeit bewegt sich erst, wenn ich mich bewege. Time moves only when you move. So viel hat. Da ist sein Schuss. Killed them all. Gut zu wissen. Da ist sein Schuss. Ihr seht, wenn ich die Maus bewege, bewegt sich ein bisschen schneller. So, er ist tot. Da ist der Nächste. Oh, ich muss ein bisschen vorzählen. Oh, das war dann eben. Das war so aus und daneben. So, jetzt aber... Oh, das war knapp. Das war fucking Chaos. Superhot. Superhot. Okay. Das war der erste Level anscheinend. Ein sehr geiles Spielprinzip, finde ich. Grab the gun. Where is the gun? Oh. Nicht gut. Nachladen. Verfehlt. Nein, doch getroffen. Nice. Und? Ah, die brauchen auch die Waffe. Nicht mit mir. It was a setup. Oh, das ist so ganz komisches Spielgefühl. Er ist sehr taktisch, sehr langsam. Da ist einer mit... Bad guy. Oh. Out of ammo. Oh. Oh. Nein. Oh. Da war der Schuss. So knapp. Superhot. Superhot. Schmeißer die Waffe weg, wenn er fertig ist. Da sehen wir jetzt den Schnelldurchlauf, wie ich das gemacht habe. Click to hand over control. Okay. Habe ich gut gemeistert. Sau geiles Spiel. Sau geiles Spiel. Take it slow. Okay. Ich habe keine Waffe. Keine Waffe. Langsam an den Bullens vorbei. Ich bin Neo. I'm freaking Neo. Aus Matrix. Kennt eigentlich Matrix von euch einer? So. Fuck you. Und fuck you in particular. So. Done. Heads up. Wie gesagt, eine Beta. Es ist noch nicht so eine Story bekannt. Throw your gun. Bam. Und... Wow. Das war ein saugeller Move. Erst schmeißen wir die Kanada an den Kopf und dann schnappen wir uns dann noch die Waffe wieder. Quasi Booyah Bitch. Und dann schnappt man sich sein Gewehr wieder. Okay. Hier ist keiner. Oh, 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 oh. Da kommen die alle. Die Waffe ist ein bisschen langsam. Die Waffe ist sehr langsam. Nein. Daneben. Oh ja. Super. Hot. Super. Und das liegt nicht nur daran, dass wir hier 40 Grad im Zimmer sind. Das ist so schweinheiß. Puh. Bisher läuft es gut. Bisher läuft es gut. Ich weiß nicht, wie viele Level es gibt, ob ich das ja alles in einer Folge schaffe oder nicht. Come with us. How about no? Click left to stun. Okay. Waffe schnappen. Boom. Das sehen aus wie Zivilisten. Und da kommt ein Zug an. Links. Links kommt ein Zug an. Und ich bin ein verdammter Killer. Wenn ich mich frage, bin ich hier der tödlichste Killer in der ganzen Stadt. Oh. What the fuck, Kollege. Warum schießt du auf den Zug? Das macht man nicht. Oh. Nein. Ich brauche eine Waffe. Ben tot. Oh. In your face. In your face. Noch einer. Mit einer Waffe. Mit einem Piu Piu. Dahin. Das war zu knapp. Das war auch zu knapp. Fuck, man. Noch eine. Huh. Das ist nice mit dem Waffen wegschnappen. Sieht so cool aus. Oh. Right. Nächster. In your face. Noch einer. Ach, come on. Alright. Jetzt habe ich es. Come on. Dahin. Oh, Mann. Das mit dem Vorausziel muss richtig gut gelernt sein. Hot. Super. Hot. Ich weiß nicht, warum die Wädie auf den Namen Superhot gekommen sind. Jetzt sehen wir unser schönes Replay. Okay. Boom. Die Waffe. Neue Waffe geschnappt und abgeknallt. Sehr schön. Sehr schön. Wait. Wait. What? Drei Zahlen. Wir waren gerade... Ich habe gerade ein Schwert gefunden. Ich wollte das Schwert testen. Incoming Message. Enter Reply. Sind wir schon durch? What did you have? Everyone gets something different. Different. Äh. Äh. Penis. Wie I don't. Wie I don't. Wollte Penis. Okay. Da sind die fünf Levels, die wir hatten. Kickstart. Super Hot Desperation. New Drugs. Da rechts steht so ein bisschen Story. Desto weiter man kommt, glaube ich, desto mehr kann man hier den Schlüssel. Sau, sau, sau. Jetzt guckt euch das an, wie viel es gibt. Gebt dem Video mal einen Daumen hoch, wenn euch super hot gefallen hat. Nicht nur, weil es hier super heiß ist, sondern weil das Spiel super hot ist. Abonniert mich, damit ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Hier oben rechts auf das i klicken. Und da könnt ihr auch noch weitere Videos finden. Vor allem die Smartphone-Users. Ihr könnt da auch drauf klicken. Und auf jeden Fall schaltet rein in die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir Flosse. Flop.